Wenn ich die Sonne nicht sehen kann, weil sie durch das Vordach verdeckt ist, so weiß mein Auge dennoch, wo sie sich im Zenit befindet, weil von hier aus gesehen ein Blick, das Glitzern, das helle Glitzern auf der Oberfläche zentrisagital ausmachen kann und nach oben im rechten Winkel dann die Sonne verursacht. Wenn das Glitzerfeld nicht kegelförmig fokussiert ist, sondern gestreut nach den Seiten, weiß das Auge zudem, dass die Sonne diffus gebrochen und verdeckt ist durch Wolkenfelder und nicht in einer einzigen Kugelform auftritt.